Herr Gauland, die Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen und auf den gehören Sie in der deutschen Geschichte. Das ist nicht mein Niveau, auf dem ich mich mit Ihnen auseinandersetze. Dieses Niveau, das hat es schon mal in diesem Hause gegeben. Da wollen wir bestimmt nicht hin. Das hat mit Faschismus überhaupt nichts zu tun, was ich gesagt habe. Und das wissen Sie auch. Es ist der Versuch, uns sozusagen aus dem demokratischen Konsens auszugrenzen. Das machen Sie. Aber das wird Ihnen nicht gelingen, Herr Schulz.